tpu ist schon ein interessantes und wirklich cooles material aber vielleicht nicht ganz so einfach zu drucken darum zeige ich dir heute mal wie ich das drucken und warum ich das überhaupt drucken hallo willkommen bei lovima ich bin martin und heute geht es tatsächlich mal um mein tpu profil für den artillery sidewinder x1 und warum ich überhaupt drucken möchte weil das liegt so ein bisschen an meinem anderen hobby der astronomie und dieses schöne teilchen ein heizcontroller den wollte ich verkleiden damit er auch draußen bei wind und wetter wirklich sicher ist und mittlerweile habe ich auch eine halterung dafür gedruckt so dass ich den von teleskop zu teleskop wirklich wechseln kann aber es geht ja heute nicht um astronomie und es geht heute auch immer noch nicht um mein wild wuchs der immer noch da ist ihr habt es so gewollt sondern heute geht es um mein tpu profil und dabei ist es noch wichtiger als bei pla dass du dir im klaren darüber bist dass jeder drucker verschieden ist mein artillery sidefinder ist technisch vielleicht minimal anders als deiner und demzufolge passt das profil nie eins zu eins man muss immer so ein bisschen fein justieren um sein optimum hinzubekommen und vielleicht habe ich ja gar nicht das optimum erreicht also sicherlich könnte es von der optik her noch ein klein bisschen schöner sein aber vielleicht hast du ja auch tipps für mich dabei übrigens das ganze ist ein spezielles tpu profil denn ich drucke es mit einer 0,6 mm nozzle und nicht wie häufig mit einer 0,4 nozzle das ist ein kleiner aber doch feiner und wichtiger unterschied denn tpu druck ich wirklich nur als funktionsteil ich drucke keine handy hüllen das lohnt sich nicht weil diese mittlerweile so günstig geworden dass man die nicht drucken braucht aber für andere funktionsteile die man nicht kaufen kann dafür ist tpu drucken genial wenn du diesen kanal weiter unterstützen möchtest dann denk doch bei deinem nächsten kauf an unseren community power support link den ich dir unten in der beschreibung und meistens immer auch als ersten kommentar angepinnt habe damit unterstützt du diesen kanal ohne dass es dich was kostet und was denkst du eigentlich über kanal mitgliedschaften youtube hat mich noch mal darauf hingewiesen dass ich diese funktion doch eigentlich anbieten könnte aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher ob das wirklich für uns das richtige ist wäre mal klasse wenn du mir da deine ideen aber auch deine meinung ganz unverblümt in die kommentare schreibst vielleicht können wir beide ja daraus irgendwas positives ziehen bisschen frech gesagt macht ja nichts aber auf jeden fall freue ich mich dort über dein feedback und jetzt würde ich mal sagen wir starten dieses bauteil soll eine schutzhülle für ein kasten sein der die heizsteuerung an meinem teleskop übernimmt dieser kasten ist also auch im winter und auch bei minusgraden und feuchter luft draußen und den wollte ich eigentlich ganz gerne so ein kleines bisschen geschützt haben und b lasse ich mir noch eine möglichkeit einfallen wie ich diese hülle abnehmbar am teleskop platzieren kann das interessante an diesem bauteil ist natürlich erstmal dieser lange überhang mit tpu gedruckt der gestützt wird allerdings auch hier drinnen die kanten die ein überhang haben und die nicht planmäßig gestützt werden wenn wir mal näher ran zoomen sehen wir das könnte ein bisschen interessant werden gleichzeitig ist das hintere teil schmaler als das vordere teil weil hier sind die bedienknöpfe hinten sind die stecker platziert so soviel zu dem bauteil ich drucke das ganze mit einer 0 6er nozzle und als erstes dabei zu beachten ist dass wir natürlich in der cura einstellung unter einstellungen cura konfigurieren drucker geräte einstellungen extruder auch die düsengröße anpassen damit das vernünftig funktioniert nicht vergessen ok kommen wir jetzt aber mal zu den einstellungen das ganze bezieht sich bei mir auf saint smart tpu in schwarz und ich drucke mit einer schichthöhe von 0,3 mm bei der 0 6er nozzle ich könnte das natürlich auch noch erhöhen aber so ein bisschen schön soll es auch sein aber hauptsächlich ist es ein funktionsteil dicke der ersten schicht 0,3 bei einer linien breite und wann linien breite von 0,6 immer bezogen die auch auf die schicht dicke damit das ganze auch zügig von statten geht linien breite der ersten schicht erhöhe ich ein bisschen um drei prozent auf 103 prozent wandel linien benutze ich dabei drei bei einem abstand von 0,3 reihenfolge des wanddrucks optimieren habe ich dabei immer an außenwände vor innenwände nein lücken zwischen den wänden füllen habe ich immer an kleine lücken ausfiltern habe ich darin drucken von dünnen wänden habe ich auch immer an justierung der z naht schärfste kante und naht verbergen hier hätte man sogar sich vielleicht eine seite auswählen können spielt aber bei mir keine große rolle obere untere dicke 0,6 mm obere schichten drei untere schichten zwei weil es unten ja schön auf die platte gequetscht wird das ganze natürlich mit linien glätten aktivieren mache ich nicht prozentsatz der außenhaut überlappen fünf prozent hat bei mir irgendwie die besten ergebnisse eine füllung benutze ich hier gar nicht wir drucken mit tpu und es soll ja auch noch ein bisschen flexibel sein und bei diesen geringen wänden ist eine füllung einfach nicht notwendig spannend die drucktemperatur richtet sich immer natürlich so ein bisschen nach den hersteller angaben bei saint smart habe ich 210 grad drucktemperatur der ersten schicht 220 grad ist noch nicht mal bei tpu unbedingt notwendig weil tpu eine sehr gute bett haftung hat darum ist auch die temperatur der druckplatte bei mir auf 50 grad gesenkt ich habe die erste schicht trotzdem ein bisschen heißer gedruckt wegen der stück struktur die ich anwende damit die auch nicht irgendwie kippt wegreißt oder wie auch immer war ist einfach so ein sicherheitsfeature was ich benutzt habe fluss habe ich bei dem sidewiner 95 prozent und fluss der ersten schicht 104 prozent kommen wir jetzt mal zur druckgeschwindigkeit tpu druckt man normalerweise immer sehr langsam also selbst 15 oder 20 mm pro sekunde wären sicherlich noch in ordnung da ich aber die 06er nozzle benutze habe ich auch mit 40 mm kein problem es kommt halt genügend masse dabei raus die wände drucke ich allerdings ganz klar in 20 mm pro sekunde die innenwand dann natürlich wieder in 40 da spielt es ja keine große rolle geschwindigkeit obere unterschicht natürlich wieder in 20 also sehr langsam bei tpu bewegungsgeschwindigkeit lasse ich hoch 300 mm pro sekunde geschwindigkeit der ersten schicht wie schon oben zu sehen 20 mm pro sekunde rucksteuerung ist dabei aktiviert zum einzug der ist natürlich aktiviert bei schichtänderung und der einzugsabstand ist recht klein er könnte vielleicht sogar noch kleiner ausfallen auf jeden fall bei einer 0 4er nozzle würde ich durchaus mal mit 0 5 0 8 versuchen einzugsgeschwindigkeit ist auch deutlich geringer als beim pl a und auch hier könnte sie theoretisch sogar noch weiter runter wenn man eine 0 4er nozzle benutzt bei der 0 6er habe ich hier aber irgendwie die besten erfahrungen gemacht gerade wenn es auch in der arbeit mit stützstrukturen geht kombin modus nicht in außen haut gedruckte teile bei der bewegung umgehen einfach ein sicherheitsfeature kühlung tpu mag es gerne gut gekühlt zu werden allerdings bin ich hier nicht auf 100 sondern auf 80 prozent wegen der großen überhänge das ist so ein bisschen sache des ausprobierens und ich habe damit halt die beste erfahrung gemacht generell kann man aber sagen kühlung gerne bei 100 prozent fängt bei mir übrigens bei schicht 3 an stützstruktur generieren klar habe ich hier an habe ich einen baum hatte ich kurz mal eben ausgeschaltet ich nehme dazu das gyroid weil ich der meinung bin das druckt sich und löst sich damit auch am besten winkel für die überhänge 60 grad ist je nach drucker und ja auch nach material unterschiedlich müsstest du einfach mal ausprobieren ich fahre damit recht gut linienabstand der stützstruktur zehn millimeter dichte der stützstruktur sechs prozent und stütz brimm aktivieren das heißt die stützstruktur bekommt unten noch mal extra ein brimm zur festigkeit einstellung für die brimm anzahl brimm 25 ist aber auch völlig unabhängig muss man selbst mal ein bisschen ermitteln und gucken z abstand ist schon viel interessanter ich habe 0,24 also etwas weniger als eine gedruckte leer höhe und dasselbe habe ich auch bei dem oberen abstand der xy abstand ist bei 0,3 also genau wie die leer höhe und die füllschicht dicke ebenfalls mehr habe ich dabei gar nicht genommen und natürlich auch kein stützdach druckplatten haftung keine tpu haftet von ganz alleine druck reihenfolge gleichzeitig oberflächen modus normal weil ob ich hier nun gleichzeitig oder nacheinander einstelle spielt bei einem bauteil überhaupt keine rolle argwälder habe ich an in der hoffnung halt dass die dateien für den octopi a ein bisschen kleiner werden und b die winkel und die rundungen schöner werden durchmesser vom filament 1,75 und damit fahre ich eigentlich ganz gut wenn ich das ganze jetzt leise zwei stunden 34 minuten und wenn wir uns das mal anschauen wo die stützstruktur jetzt wirklich platziert wird sehen wir okay geht also auch so ein bisschen rein verteilt sich recht gut und stützt wirklich das vordere und das hintere der kleine überhang an den seiten den erwarte ich einfach so vernünftig drucken zu können wenn er innen drinnen nicht ganz so schön ausfällt spielt das keine rolle hauptsache das gerät wird gehalten was hältst du denn jetzt von meinem tpu profil ist es brauchbar oder sagst du oh mann das ist ja völliger mist nee nee ich mache was eigenes dann stelle es uns zur verfügung wenn du was eigenes machst vielleicht hast du auch tolle feine ideen wie man das für eine 04er nozzle für die allgemeinheit um ändern kann würde mich freuen wenn du dich aktiv daran beteiligt und für alle hobby astronomen und hobby astro fotografen natürlich stelle ich dieses teil bei sinkiverse zur verfügung damit ihr es euch auch drucken könnt viel mehr gibt es heute gar nicht von mir denkt einfach nur daran den kanal zu abonnieren mir ein like zu geben und fröhlich und lustig durch den tag zu laufen vielen dank für deine aufmerksamkeit bis zum nächsten mal